In der brandneuen Serie, die Brotpiloten lernt ihr Space Weekend. Heilige Guacamole auf Roggenbrot. Und Bedus. Ich bin eine Ente. Quack. Als Freunde mit Gefiller liefern sie Brot immer wieder. Alle Hopps. Voll in den Schnabel. Und ganz gleich, wie monströs das auch zugeht. Sie retten einander immer den Schnabel. Die Brotpiloten, die brandneue Serie. Montag bis Freitag um 13.30 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Die Brotpiloten, die Brotpiloten.